Gleichzeitig hatte ich immer auch ganz übles Lampenfieber. Zuhause habe ich mir lange fast in die Hosen gemacht und meinem Dad wog Hilt. Ich will da nicht hin. Ich konnte nur noch denken, ich würde mich und werken nicht, wo 200 Leute spielen und spielen. Aber hinterher wusste ich, das war jetzt gar nicht so übel. What did I say? You said you peed your pants. Yes, you were very excited. To play in front of 200 people. And afterwards you said, oh, that wasn't too bad. Ich will da nicht hin.